Ja, ich bekomme im Moment tatsächlich diverse Lektionen, mich angemessen und friedlich zu behaupten, aber eben tatsächlich mich zu behaupten. Also, wenn man irgendwas in diesem Land lernen kann und um ihr Leben zu können lernen muss, dann ist es wirklich dieses Raus aus der Opferrolle. Wir sind alle keine Opfer. Alle, die jetzt hier sind, sind stark genug, jetzt hier zu sein. Also lasst euch nicht mehr zu diesem machen, was man Opfer nennt. Ich meine, dafür ist dieses Land gut, wie gesagt, denn das können sie perfekt. Besonders mit Ausländern. Aber eben, wenn man die Lektion gelernt hat, dann hat man es ja auch. Ich kriege die Lektion, ja, heute hatte ich sie tatsächlich, gestern hatte ich sie. Ich sage jetzt nicht, dass ich schon zu 100% in der Liebe geblieben bin, aber ich bin ganz neutral geblieben, ganz im Frieden, ganz ruhig. Man darf auch schon mal ein bisschen ironisch sein, das ist nicht verboten. Auch wenn ich glaube tatsächlich, dass Christus, der Jesus, das so nicht war. Solche Mittel hat er nicht gebraucht, aber wir leben in dieser Welt. Und letztendlich war ich genau dann erfolgreich, wenn ich es aus meiner Mitte, aus der Ruhe heraus mache, ohne Emotionen. Da in diesem tiefen inneren Frieden liegt die Kraft. Das ist es im Moment noch für die, die auch nochmal eben, ich sag mal tatsächlich, Krieger des Lichts sein müssen im Moment. Lieben Gruß. Ja, ich sag mal, 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 ich sag mal